Mein Name ist Gerald Brunner, ich betreibe in Wien einen Schauraum und gebe der Industrie die Möglichkeit, die Ware für den Fachhandel bzw. für seinen Endkunden hier auszustimmen. Grö Grö stellt sich vor, erkennt man an einem Logo und an unseren eisbegehrten Kleiderpub aus den Weinviertlern, den man auch in den verschiedensten Hölzer fertigen kann. Also, wir sehen uns. Ja, grüß Gott, mein Name ist Volker Schruttger von der Firma Extraform Polstermöbel. Wir vertreiben Polstermöbel für das Tischlerhandwerk und für den gehobenen Möbelkleinhandel. Die Firma Extraform erzeugt Sitzgarnituren in Stoff und oberster Lederqualität mit Funktion, Schlaffunktion, Relaxfunktion oder als normales Sofa. Wird designt von italienischen Möbeldesignern und in oberster Qualität hergestellt.